Hi Leute, Tag 1, Burger... nee, Stockholm Burgerfest. Wie ihr seht, hier ist noch alles gerade am Aufbauen. Heute um 16 Uhr geht's los. Um 15 Uhr kommen die ersten 130 Presse- und Spezialgäste. Die Jungs, wie ihr gesehen habt, reiten unten schon wild vor. Bei zu nirgendem Fleisch wird gleich frisch gewolft, Zwiebeln geschnitten. Die Burger & Beyond Jungs haben schon gestern fast alles vorbereitet. Wir sind ein bisschen früh dran heute. Tag ist sich noch was zu frühstücken holen gegangen. Ich bin ja auf Diät und musste ja heute leider brechen. Darum, setz mein Frühstück aus und wird über den Tag mit drei Burgern ersetzt. Mega aufgeregt. Die Burger & Beyond Jungs haben so krasse Burger. Ich hab's schon gesehen auf Fotos. Und ja, wir sind echt ein bisschen aufgeregt, dass unser Burger nicht getan kommt. Aber weil das hier eine fucking Burger-Stadt ist, die einfach zehn Jahre, wo wir einfach zehn Jahre hinterher hängen, ist irgendwie krass. Die haben seit elf Jahren Smash-Burger hier. Und was ist nicht aufs Burger-Festival? Hussein spricht noch nicht so gut Deutsch. Wie lange bist du schon in Deutschland? Sieben Jahre. Sechsköpfige Familie, lernt gerade Deutsch, aber kann schon ganz gut. Seit wann bist du bei uns? Halbes Jahr? Sechs Monate? Sieben Monate. Sieben Monate, ja. Und macht ihr Spaß? Nein. Trauriges Gesicht. Nachbarn fällen uns. Nachbarn stressen uns. Kopfschmerzen, schlaflose Nächte. Braucht man erstmal was für die Nerven. Bro. Kajo ist wieder weg im Business. Jetzt kann das Burger-Festival kommen. Ich sag euch nur, eigentlich sollten wir auf dem Burger-Fest sein und die Leute unterstützen. Aber wir schaffen es einfach nicht, uns zu überwinden, dahin zu gehen. Dann würde ich einfach nach Berlin fahren. Oder zurück nach Berlin. Ich finde das so abgefahren, wie die abgehen auf Burger hier. Und dieser Tobi Lee und das Mädchen, die waren bei uns in Berlin. Wir warten schon die ganze Zeit vor. Sehr gut. Trainieren schon. Die Jungs, Alter. Beste Team. Wie schmecken die Burger? Besser abtropfen wahrscheinlich. Aber geil, Alter. So, was wir machen, machen wir mal so. Guten Appetit, mein Bester. Sieht besser aus als bei uns in Berlin. Ne, wirklich. Also Jungs, heute geht Stockholm Burger-Fest los. Um 16 Uhr geht's los. Zwei Stunden sind's noch. Unsere Jungs warten aber seit zwei Stunden schon Burger-Proben vor, weil wir lassen nichts dem Zufall. Die Dappen sehen geil aus. Der Burger schmeckt besser als bei uns. Ja. Das Fleisch ist geil, oder? Man merkt richtig, oder? Ja, habt ihr mit Absicht kein Fett mitgenommen extra, ne? Sehr gut, Alter. Sehr gut. Was ist los, Chef Wahid? Der Meister. Einer unserer sympathischsten und besten Mitarbeiter, Alter. Die lebende Legende, Wahid. Ketchup ist ein ganz bisschen fein. Ja, wird ja warm noch. Wir haben ja noch zwei Stunden. Ist okay? Und, du magst es? Stop not, man. Stop not, man. Vladi wieder bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Vielleicht müssen wir noch einen Niveau nicht sauer trinken, oder? Ich bin so happy heute wie noch nie. Hi. Nice to see you. Camera on camera. So cool. So cool. So cool. And if you're not excited, lie about this. Wir denken, Alter, du bist hier der Chef, Alter. Und nicht mir beide. Und ich bin nur der Kameramann. Und ich bin nur dran. W Lynn, bin auch mal dran. dishon parentheses,MMW Magic, Was sagt Meister Caio zu den Burgern? Ja, unsere Jungs sind einfach so gut eingearbeitet, das ist so unglaublich. Die Schweizer Uhrweg, so heißt doch der blöde Spruch. Unglaublich, so cool, sich so schön zu sehen, Alter. Ich kann einfach nur noch blöd daneben stehen und irgendwas blödes sagen. Und ein sinnlos, also gelangloses Sprechen. Und die Mitarbeiter verrollen die Augen, wenn wir weggehen. Burger & Beyond, Snoop Dogg, Stammladen in London. Die haben 8 Läden mittlerweile, oder 8 Sachen mit Ghost Restaurant. Braune Butter Mayo, krass gereiftes Fleisch und Bacon. Das ist der Brown Butter Bacon Burger. Die haben nicht ganz das Fleisch aus London, haben sie gesagt. Boah, das ist wirklich eine geile Burger. Mir persönlich fehlen Wickelze, aber er ist ja krass. Er ist ja krass. Er ist ja krass. Er ist ja krass. Richtig krasser Burger. Ja? Er ist so, durch diese braune Butter mal erinnert sich, der mich an unserem Begrösti. Perfekt, Alter. Bon in die Hand bekommen und direkt. Ich finde das Brot fühlt sich so schön butterig an. Ja, Mann. Und es ist so, nicht so wie des Martins, aber es ist so, so. Das ist tausendmal geiler als so ein Beekerei-Brioche Brötchen. Das ist aber echt krass Brioche. Sehr viel Speck. Ja, ein bisschen zu viel. Hammer. Mir fehlt auch ein Pickelchen. Aber am Ende kommen die gepickelten Zwiebeln bei mir durch. Da brauchst du doch keine Pickels. Mh. 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 Ey, nur so. Ich habe schon so ein paar Insights bekommen. Anscheinend schmeckt den Leuten hier unser Burger am besten. Man sieht. Man will man an. An was Burger ist man sieht. Ich bin so stolz auf die Jungs. Der hat ja krass die performt. Heute ist Fuck 1. Und wir müssen jetzt den anderen eine Platte abgeben. Weil die verkackt haben. Und wir zu krass sind. Und wir helfen zu schnell schicken. Und darum müssen wir extra langsamer schicken. Weil die anderen nicht hinterher kommen. Verrückt ey. Hätte ich nicht mit so viel Aufregung hierher gefahren. Und jetzt können wir jetzt rausklinken endlich. Hey, nur so Leute. Wir sind schon wieder hier. Burgerfest war ein bisschen zu langweilig. Wieso war die Flasche weiße Brot? Weil ich konnte mir nicht rausklinken gestern. Gestern war der Geschmack bei Trüffelmeer. Ja, ja voll. Ich glaube der hat uns auch ganz komisch angeguckt. Als er gehört hat. Ey das hat wie Trüffel geschmeckt. Okay. Adios. Wir hatten die große Ehre als Gast dabei zu sein. Wurden eingeladen nach Schweden. Nach Stockholm. Und wie ihr hinter mir seht. Die stehen alle hier für unsere Burger an. Was ist das denn? Schweden ist das heimliche Burgerland Europas. Die macht hier eigentlich die Besten. Und hier ist auch so ein kleiner Foodtruck, der anscheinend den allerbesten macht. Den schauen wir uns auch noch an. Aber hier ist gerade Burger und Beyond aus London. Acht Leben. Richtig heftiger Burger mit brauner Butter, Mayo und Bacon. Die Burger-Dudes, die uns eingeladen haben, haben Burger. Und wir natürlich mit unserem klassischen Smash-Burger. Genau. Wir müssen jetzt alles machen. Ist gut, ne. Ist richtig gut. Ist richtig gut. Auch wie du da reinkommst. Ist super. 2016 laden dich hier schon die besten Burger Europas ein. And you always have like a guest? Ja. Seit Beginn kommt immer ein Gast quasi. Kling, Burger, 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 Gasoline-Grill. Gasoline, Baumhaus, Top Magen. Besten Burger der Welt kommt hier. Mein Mann ist das Fabian. Stell dir Gregorius kurz vor. Hey, einer unserer sympathischen und besten Männer aus der Oranienstraße. Ich sag immer seinen Namen leider. Seit wann bist du dabei? Seit September. Seit September. Hey, macht's dir Spaß? Ja. Muss ich jetzt. Fangen wir natürlich mit dem legendärsten Burger aus Berlin-Kreuzberg an. Perfekte Braten, knusprig, nicht zu knusprig und einfach wie zu Hause. Wie zu Hause. Echt perfekt, die Jungs. Also die Leute feiern sehr hier. Wir haben uns ja extra entschieden, den ganz klassischen Cheeseburger einfach zu machen. Und den perfekt haben. Sehr hochwertiges Fleisch dabei, frisch durchgelassen. Und einfach nur unsere Homemade Pickles und rasieren damit alle Extremen. Die Leute feiern in den Sky. Das war eine gute Entscheidung, bis wir uns hier nicht verkauft haben. Wir sind wie möglich wiedergehalten und einfach nur die besten Produkte. Also das ist dieser sehr berühmte von Burger Beyond. Ein richtig berühmter Laden in London, wo Snoop Dogg und so hingeht. Die haben halt alle den Kleiner kreiert für hier, fürs Festival. So, war so ein bisschen die Angabe. Das Brot ist richtig schön fettig. Sehr viel Speck drauf. Das ist ein bisschen braune Butter-Mayo, ne? Braune Butter-Mayo, genau. Und was wir gestern gesehen haben, die haben gepickelte Zwiebeln. Die schneiden ihre Zwiebelchen. Nehmen die in Essig einen gepickel-Fong ein. Sehr interessant. Weil dadurch haben die auch keine eingelegte Gurke. Mal gucken, ob das ausreichend ist. Ich stehe halt schon immer gerade, weil wenn man so viel Fett hat, schon auch auf so ein frisches Kürtchen. Ich finde, das ist so ein sehr angenehmes Esszwiebel. Richtig geil. Mit den Zwiebeln. Da war jetzt auch ordentlich Zwiebel dabei. Geister verteilt. Besser verteilt als gestern. Ja, er ist schon sehr fettig, muss man sagen. Und kommt die braune Butter heute ein bisschen mehr durch? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also meine Finger sind erstens richtig ölig beim Essen, muss ich sagen. Aber, also es ist geil. Ich bin froh, dass er nur so klein ist. Weil bestimmt sonst sehr mächtig. Aber die braune Butter kommt leicht durch. Die eingelegten Zwiebeln kommt ganz leicht am Ende durch. Finde ich sehr angenehm. Aber für mich könnte es immer noch ein Kürtchen haben, muss ich sagen. Aber man muss dazu sagen, das ist eigentlich kein Fast Food Burger. Das ist eigentlich eher ein Steakhouse-Humburger bei denen. Mit dem man nicht so schnell auf die Hand auf der Straße ist eigentlich. Ne, sondern da sitzt man sich schon eher genau hinten. Sehr geiles Brot. So, darauf muss ich sagen. Warte ich nur ganz kurz bevor du anfängst. Ja, nimm mal laut. Ich kann leider kein Schwedisch. Aber es ist irgendwas, es ist ein Light Spicy Burger. Wir versuchen und mit Bakeness da dran, Pickles. Kann ich hier lesen. Irgendwas von Gojojangas. Also koreanische Chilipaste Mayo. So sieht der auch nämlich ein bisschen aus. Dann sind da noch Zwiebelchen, Gurken. Gehackte Zwiebelchen, gehackte Gurken. Auch gut. Dann fand ich auch... Speck wieder dabei. Die lieben Speckchen. Wir hatten schein so... Also die grillen die ganze Zeit nur Speck bei den anderen Ständen. Also ich muss sagen, darauf freue ich mich gerade am meisten, weil ich es halt auch von dem Fahnen Anstalter. Die Pfefferkörner sieht man auch noch richtig drauf. Und alle haben halt hier früchte Fleisch heute abgedreht und gestern und wahrscheinlich morgen auch. Also man hat hier einfach schon echt Top-Produkte für so einen kleinen Burger. Der eine meinte, fast alle Burgerläden wolfen ihr Fleisch selber hier in Stockholm. Kann ich mir vorstellen. Ich beiß mal auf jetzt, ja? Ja, beiß mal auf. Der ist sehr lecker, aber er ist irgendwie nicht aufregend, aber extrem stimmig. Und dadurch ist auch ein bisschen weniger Speck drauf. Die Fleischqualität ist sehr gut, aber das ist nicht kross. Das ist wie im Gott noch ein bisschen mehr das gereifte Fleisch durchfinde ich. Er schmeckt so sehr passend. Er ist sehr wohlführend. 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 Also er macht echt Laune zu essen. Die haben es perfekt von unten. Leicht kross, nicht. So muss der sein. Hier, bis hierhin gekross, so ist er in meinen Augen auch perfekt. Mal zu den Pommes was. Das ist McCain. Aber der schmeckt echt nicht zu unsam. Ich muss sagen, die sind sehr, sehr lecker. Die haben von Gegensatz zu unserem so ein etwas stärkeres Crispy Coating. Ne? Hatte ich auch das Gefühl. Es ist jetzt so ein bisschen weicher, was eine Geschmackssache ist. Ich weiß gar nicht, ob ich die nicht greife. So, wir fangen an mit dem Bacon Burger, den wir gestern schon ganz kurz hatten. Der ist mega lecker, auch mit den Zwiebeln. Der verbindet sich sehr gut. Alle Zutaten verbinden sich. Weißt du, der hält sich halt zusammen, wie so ein richtiger Burger halt sein muss. Perfekt. Der ist oben schön kross gebraten, unten überhaupt nicht. Zwiebelchen sind ganz geil, finde ich. Nur der Essig, der die gepickelt hat, der ist irgendwie sehr vordergründig, finde ich. Am Ende. Schmeckt so ein bisschen echt wie so Brandweinessig, wie du sagst. Die Zwiebeln sind auf der Mayo drauf. Und irgendwie durch das Vermischen... Also, erstens, was mich wirklich wundert, braune Butter-Mayo. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so eine Alabama-BBQ-Sauce. Alabama-White-Sauce heißt die. Ganz klassisch amerikanische Soße auf Essig-Basis. Und die ist weiß. Und die isst man klassisch auch zu Rippchen und so. Und mit den Zwiebeln zusammen hat das irgendwas von der... Sehr lecker, aber wie du sagst, eine gepickelte Gurgel ist mir lieber. Ne? Was ich hier sehr spannend finde, das ist ja von den Dudes der Local Burger. Auch mit Bacon, die möge ich es hier gerne. Und das habe ich schon bei dem Laden, den wir noch besuchen, Funky Chicken Food Truck, gesehen. Das ist hier total verbreitet bei vielen Smash-Burgern. Wir schneiden ja die Zwiebeln in Würfeln. Das machen die auch. Aber die schneiden oft die Würfel noch in Würfeln. Und ich finde das total geil, muss ich sagen. Weil dadurch hast du so eine Mischung. Aber andererseits mag ich, bei uns ist das ja, diesen McDonalds-Flavor kriegst du ja nur durch eine Scheibe Gurke. Der hat etwas sehr herzhaftes. Überhaupt nicht scharf. Null. Sehr lecker. Lecker, lecker, lecker. Hi nochmal vom Burger Fest. Das ist heute der letzte Tag. Wir haben hier eine der Gründerinnen von den Burger Dudes bei uns. Und wir wollen einmal kurz ein kurzes Gespräch mal führen. Und wir machen endlich mal ein Interview. Hi, how are you? I'm good, I'm excited. What's your name? My name is Celine. And I'm part of Burger Dudes. How it came to Burger Dudes? When you founded it? Who founded it? I wasn't actually part of the group that founded it. But it started with a few guys that got to know each other over the internet. They started the hashtag Burger Friday on Twitter. But as the boom kept coming, everybody kept saying we're Stockholm's best burger. We're Sweden's best burger. We're the world's best burger. And they got annoyed because there was nobody controlling if they actually were the best burger. So they decided that we're going to be the ones that decide who's the best burger. The burger connoisseurs from Sweden. Yeah. Crazy. We can't understand it till now. We see like how it hypes. Yeah. How it's going crazy. You said it's since 2016 you make these burger festivals. You invited the best burgers from the whole world, from Europe. But why are you getting Sweden so crazy? No, the Belgians didn't know. How get Sweden so crazy into burgers? We have one burger restaurant, Flipping Burger. It was the first one that really took like he went to America. He tried all the burgers and he found and brought the burgers back the way we eat them today. Sweden, I always say, is a country that we have Swedish food, but it's not something that's broad. It's not like you're passing like 15 Swedish restaurants except if you're like in the really tourist areas. Yeah. So we take a lot of cultures and we accept them and we try to make them make them good here. Crazy. So it's, I think it's something about our culture that we're so interested in other cultures. Because we didn't go so, we have here the döner in Berlin, but we don't, now we get a new generation who makes good open fire döners, but the last 20 years it doesn't took this development how it took here with the burgers. And this is crazy. Do you, is this here something with origin? Why do we have the feeling here so much from US? It's just, I think the US is some kind of, everybody looks to it. It's not if you look to Europe, we look to US. No. But I mean now, Europe is really, really good at burgers. Yeah. We have London, we have Stockholm, there are two great burger cities. The two burger capitals of Europe and with gold is in Berlin, you're starting to make it bubble. For us is, for us is Sweden the unknown burger capital of Europe and we get approved here. Yeah. This is really crazy. And one last question, which for us is really important. We go here, we check out some burgers. Tomorrow we also try out Funky Chicken Food Truck. What you said, it's the best burger from Europe. Yeah. It's the best burger in Sweden. And it's... One of the best. Yeah. It's a smash burger also. Yeah. It's a smash burger, but they actually make the patties quite big. Okay. So they're 150 grams. I still recommend a double. Wow. Take a double and a single so you can try the difference. The double is like getting punched in the face with meat. Crazy. Okay. We check it out. And now the last question. We pass through now four stores and pass through and always ask, because we didn't look inside, what is this? Max, where is it from? You have a burger chain, which is on the quality level like Burger King, McDonald's, completely the same thing. Also professionalized. It's not like a bad copy. It's like, it could be like McDonald's could be a copy of Max. Yeah. And there are 68 here. We don't have nothing in Europe what is common, that we have a real chain. Yeah. It's like you said. It's kind of like McDonald's and Burger King in the style. It's pre-frozen meat and things like that. But they have a bit of different flavor profile. Okay. And that's why they are so big in Sweden. Okay. They have Swedish profiles? I mean, the flavors are a bit sweeter. They have their style compared to McDonald's with their ketchup and mustard and that kind of burger. Yeah. We have the Max original dressing and things like that. It started in the northern Sweden where there wasn't a McDonald's. Okay. And that's why they got their footing and then they expanded and now they're actually in both Sweden and Poland. And how you like it? I like it. You grew up with it? I grew up with it. I mean, I grew up with McDonald's, Burger King and Max. But I really like their vegetarian options. They're really like the best one for that kind of fast food for vegetarian options. Yes, we will check. Das werden wir ausprobieren den Max noch. Das checken wir aus gleich. So, they're vegan chicken nuggets. The vegan chicken nuggets. Okay. They are... Because we are also into like... We love also like bad fast food. Like we also love like... It doesn't have to be always high level. Yeah. So next time maybe you come with a Max Copycat Burger. Okay. Hey, thank you for the great interview. It's a pleasure to be here and that you invited us. Thank you. We are working on the Burger Fest, on the franchise of the Burger Fest. And we will try to bring the Burger Fest to Berlin next year or next summer. It's starting to... It was amazing. Gasf! Men imma consummate von Antonio e Esse es! Unden na da dad! Less narrativaktion! Tom Anders, woody Das ist! Das war's.